halli hallo freunde und ein herzliches willkommen zu einer weiteren folge ein ja beim letzten mal sollte man ja eigentlich über diese brücke gehen wo dieser adler oder greif oder was auch immer das sein soll ist und der hat uns ja dann ja wohl oder übel gezwungen runter zu springen jetzt stehen wir hier unten anscheinend greift er uns immer noch an weiter weiß ich auch noch nicht bin nicht schlauer wie ihr weil jetzt geht es erst weiter gucken wir mal ob der uns jetzt hier weiter angreifen wir unten stehen die frage ist wo muss ich hin wahrscheinlich muss ich mich hier von ding zu ding arbeiten ich sehe aber auch nicht okay ich muss keine ahnung okay ich verstehe ich muss ein bisschen rätsel lösen mit ihm zusammen das ist doch mal was schönes doch genau das wo drauf ist definitiv hier komme ich erst mal nicht gut wo ein wenig streben so ähm da oben galmt da rum eigentlich sie haben einfach nicht an mir zusammen nein ein arschkeks vom herrn wo muss ich hin da war ich da kann ich da ist nix da geht's da geht es rum seit die frage ob das alles das schaff ich nicht schaff ich nicht schaff ich nicht jetzt 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 volldampf hier kannst du mich nicht kriegen ich wollte gerade sagen jetzt bin ich mir noch hier reingefallen aber ich muss eh wahrscheinlich alle dinge ablaufen von daher ist es egal hier geht es schon da hoch ganz toll ganz ehrlich ich habe bis jetzt keine ahnung wo ich hier hin muss da ist der fuchs also gehen wir da hin aber erst nehmen wir das mit weil wenn ich nehme das so ja 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 인가 ich sehe ミ Ah, cool. Ah, nicht stehen. Ach. Ich stehe jetzt. Ich drehe den mal komplett. Ich weiß nicht, ob noch eine Tür kommt. So, dann machen wir... Ja, ne, komm, wir gehen erstmal durch. WTF, safe? Äh, okay. Ne, wir holen erstmal den Schlüssel. Ist das gute Stück. So. Äh, ja, ich würde gerne da durchgehen. Ja, genau, das ist das. Blöden Tobe. Kriegen wir einen Griff. Versprochen. Versprochen. Okay. Okay. So. Jetzt müssen wir mal gucken, wo wir sind. Ey. Der blöde Arsch uns ja ans Leder. Ähm. Das ist eine ganz geile Ecke. So. Hier mal rein. Gefndischt. Ist das auf einmal so leise? Hä? Wie ist das Spiel auf einmal so leise? Ich nicht. Das muss ein Bug sein. Einlass den. Oh! Macht ihr schon mal? Ja. Ah cool. Hat doch irgendwas bei unten noch mit. Was? Das kann ich hin. Wie durch kann ich alle malen. Sind sie los wie Lammbilder? Ach, läuft doch. Ach du Kacke ey. Ha! Okay. Das gilt jetzt hier also wieder. Irgendeine Richtung. Ähm. Ich kann nur fahren wieder runter. Äh. Das will ich. Äh. Ach wenn ich hier stehe. Oh Gott. Äh ich verstehe es. Ich verstehe was. Äh. Problem ist. Ha! Kann das unten behalten. Ja. Das kriege ich hin. Aber. Ha! Ähm. Ne. So rum. Hier muss ich hin. Ha! 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 Hehehehe. So! Hat das auch geklappt. Äh. Wenn ich dann beim Rätsellösen nicht so viel spreche. es muss damit nachsehen. Ein bisschen muss man sich dann schon konzentrieren. Ansonsten wird's nichts. Ähm, kommt jetzt der blöde Klotz hier auf. Ja, die Dinger sind auf. Muss irgendwie, äh, ja. Da drunter Schutzwinde. Alter, was ist hier denn los? Was? Ihr für eine kacke Scheiße. Und hoch. Also? Nö. Mist. Jetzt ist es auch nicht. Jetzt. Lang. Jetzt. Braucht die Dinger als Schutz? Sonst macht er mich lang. Äh. Die war ich doch schon mal, oder? Ja, aber ich, ähm, weiß halt nicht, ob ich jetzt noch was kann. Aber entgegen kann ich da nicht gehen. Ist das egal, ob er geht dich? Aber ich muss auch, okay. Ja, ja. Nein, 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 nein. Ey, da kann ich gerade sagen, kannst du mich auch nicht greifen. Du bist jetzt springen. Irgendwas, das ist Irgendwas, oh, wohin? Ah, ja. Qualm muss raus, alles muss raus. Letzter? Und tschüss, der ist jetzt überlebt, aber er verpisst sich. Jetzt läuft er doch schon wieder weiter, ich will nicht, ich will nicht, ich habe gerade ein mega Dinosaurier getötet und du willst schon wieder, dass ich gehe. So, wo ist er denn hin? Äh, was läuft denn da unten? Äh. Was ist er denn? So und ja, wir brauchen uns nicht mehr gelaufen, glaub ich nicht mehr. Keine Ahnung, wo ich hier hin soll. Ich muss das wahrscheinlich mit allen Windrädern machen. Glaub ich. Äh, okay, da komme ich hin. Was ist das denn, Alter? Ich meine ja, Paranoia. Äh. Jetzt? Ich war halt da. Ich weiß halt auch nicht, wo ich so richtig hin muss. Boah, Alter, bloß die Klappe, Alter. Und feier, jajal. Ach du Scheiße, hier kommt der ja. Ich muss das wirklich tatsächlich überall machen. Wo ist das nächste? Da drüben. Da muss ich erstmal hinkommen. Da muss ich erstmal hinkommen. Wahrscheinlich jetzt hier weiter hoch, ne? Kann sein. Hallo, Freunde. Seien langsam. Nett. Ich werd laufen. Du, meine Schöne. Ähm. Harsch. Ähm. Wir sind jetzt hier weiter. Scheiße. Oh, lauter Schrein, ey. Das ist ja auch bei Quest so. Oh, wenn's zu viele sind und alle Himmelsrichtungen verteilt sind und so. Dann nicht mehr weißt du, in welche Richtung du zuerst laufen sollst. Das mag ich überhaupt nicht. Bei MMOs. Das geht mir übelst auf den Sack, sowas. Ich hab dann lieber eine Richtung, ein Gebiet. Das quest ich weg. Und dann ist gut. Anstatt renne nach. Was weiß ich. So, Zinoba-Insel und einmal zurück. Äh. Kann ich auch passen? Also, wie komm ich denn jetzt hier weiter? Das ist schon wieder. Dreckiges Mistvieh. Ähm. Weiter. Also, einen anderen. Wie soll. Wie soll der, der ist denn. Äh. Schafft der nicht. Darüber schaff ich auf jeden Fall. Doch. Oh, nein. Hm. Alter, schön. Marrow's Edge. Marrow's Edge. Weiter hoch. Oder was? Oh, nein. Möcht' ich nicht hoch. Ich will doch weiter rüber. Und hier geht's rein. Na, blöde, kleine, dreckige. Rebe. Okay. War's unser Freund, oder? Willst also, dass ich da rüber springe? Da ist er. Hallo, Onkel. Okay. Nein. Ja runter, runter, runter. Komm runter. Sind richtig. Alter. Richtig kranker Shit. Aber macht doch Spaß. Macht definitiv Spaß. Ähm. Ja, ja. Schmeck. So. Falls runter oder hoch. Ja, hoch. Blöde Vieh, ey. Übelst du auf den Sack? Ja, lass mir hier noch. Hätte ich gleich rumlaufen können. Och Mann. Bleibt halt einfach da doof stehen. Schatz da mal ein bisschen Eigenmovement zu klettern oder so. Einfach ein bisschen Eigeninitiative. Nee, das lohnt nichts. Nein! Bleibt da an diesem fucking Steinkant, ey. Ey, ist doch kacke, ey. Äh, okay. Das ist definitiv der Weg, den ich mich, äh, bewegen sollte. Aber jetzt weg. Bin ich hoch. Ich war. Ich wollte, dass ich es nicht schaffe. Das ist die Frage, wie muss ich es machen? Wie, wie, was ist der richtige Weg? Hier drüben lang, wahrscheinlich. Erst mal hier dran? Nee, hier bin ich gekommen. Ich weiß nicht weiter. Ich weiß nicht weiter. Ich weiß nicht, wo wir sind. Ich weiß nicht weiter. Oh, ja. Oh, fucker. Warte mal interessiert, ob Rollen was... Nein. Rollen bringt. Okay. Okay. Genug geschnappt. Ähm. Ich muss dann, wenn ich hier war. Wie kann der hoch? Nee, kann er nicht. Hier muss er hoch. Nein, der ist ruhig nicht. Komm. Hoch, Junge, hoch. Ei, 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 ei. Und das ist ein kleiner Junge. Das muss ja He-Man sein. Hier will ich rüberkommen. So. Dann weg. Das ist ja jetzt. Muss ich wirklich durch die Höhlen kämpfen. Ah! Wenn wir mal klettern, dann kann er uns nicht sehen. Alles klar. Wollen wir mal gucken? Ja. Und klettern. Nein, keine Ahnung. Buchse. Ey, du. Andere Leute wollen hier in Ruhe klettern. Das ist ein A sein. Hier nochmal. Jetzt laufen wir hier rein. Kempeln. So. Wir sind aber schon wieder über die Zeit. Und daher würde ich sagen, es war's mit dieser Folge. Und wir sehen uns dann morgen. Also. Macht es gut. Tschüss.